Herzlich willkommen zu den neuesten Nachrichten von Finnews aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit Dukaskopi TV. Andrea Ortschell leitet das Investmentbanking der Schweizer UBS und lässt für gewöhnlich nichts anbrennen. Den Totalumbau seiner Sparte peitschte der umtriebige Italiener in den vergangenen Jahren zielstrebig durch. Ortschell wird auch nie müde, seinen Leuten noch höhere Ziele zu setzen. Jetzt will er aber selber hoch hinaus. In einem Interview erklärte er, dass er gerne Chef einer ganzen Bank wäre. Und das am liebsten bei der UBS. Allerdings ist dort Sergio Amotti im Sessel nach den außergewöhnlich guten Zahlen für das erste Quartal sogar fester denn je. Trotzdem muss man Ortschells Ambitionen ernst nehmen. Bislang hat sich der smarte Banker immer durchgesetzt. Die Schweizer Banken in Singapur haben allmählich ein Problem. Denn der Stadtstaat in Südostasien hat Inländerquoten im Arbeitsmarkt eingeführt. Diese sehen vor, dass ausländische Firmen eine Anzahl an Singapurern einstellen müssen. Diese Auflage soll bei den Schweizer Banken bereits zu Einstellungsstops und zur Rücksendung von Mitarbeitern in die Schweiz geführt haben. Nun will Singapurs amtierender Finanzminister den Schweizer Banken auf die Sprünge helfen. Taman Shamur Ghatnam erklärte diese Woche bei einer Tagung in der Schweiz, die Banken sollten ihre Technologieausgaben erhöhen. So ließen sich Arbeitskräfte einsparen. Diese Aufforderung erklärt auch, weshalb die Fintech-Branche in Singapur dermaßen blüht. Fast 30 Jahre lang hat er Lombard Oudier die Treue gehalten. Jetzt aber verlässt Olivier Colombin die Genfer Privatbank, um sich mit seinem sechsköpfigen Team als Berater im Digitalisierungsprozess der Banken selbstständig zu machen. Vier Projekte im Bereich Social Media, Film und Fintech seien bereits in der Pipeline, sagte Colombin gegenüber Finnews. In den nächsten Tagen will er mehr davon preisgeben. Colombin betreute bei Lombard Oudier zunächst die unabhängigen Vermögensverwalter und übernahm dann die Entwicklung für die digitale Entwicklung der Bank. Dabei lancierte er die Plattform eMerging, so etwas wie ein Facebook für Vermögensverwalter. Und er organisierte die Finfair, die erste virtuelle Finanzmesse der Welt. Jetzt ist es offiziell nicht Zürich, sondern Genf schafft die erste Plattform für aufstrebende Firmen in der Fintech-Szene. Ab Juni können sich Start-ups um ein einjähriges Entwicklungsprogramm bewerben. Hinter der Genfer-Initiative namens Fusion stecken der Schweizer Bankensoftware-Entwickler Temenos und die Lausanner Hochschule IPFL. In einem Jahr will Giles Keating seinen Abschied von der Credit Suisse nehmen. Er wird dann länger bei der Schweizer Großbank gearbeitet haben als die meisten seiner Kollegen, nämlich drei Jahrzehnte. Der bald 60-jährige Keating leitet derzeit noch die Research-Abteilung im Private Banking der Credit Suisse. Für die nächsten zwölf Monate soll er nun den Titel eines Vice-Chairmen erhalten. Keatings Posten übernimmt Loris Centola und zwar schon im Juni. Bevor er im vergangenen November zur Credit Suisse stieß, arbeitete Centola im Research bei der Konkurrentin UBS. Die Schweizer Banken sind für den automatischen Informationsaustausch mit anderen Ländern gerüstet, wie Franco Mora diese Woche erklärte. Er ist der Präsident der Auslandsbanken in der Schweiz. Ein funktionierender Datenaustausch mit anderen Ländern stärkt die Reputation der Schweiz und ihrer Banken, betonte Mora. Ein großes Fragezeichen setzte er allerdings hinter die Entwicklung im Ausland. Dort herrsche noch ein enormer Nachholbedarf, was die Standards angehe. Die EU-Staaten seien bei der Umsetzung der Bestimmungen noch nicht so weit. Dabei spiele der Umgang mit den Daten eine zentrale Rolle, erklärte Mora. Einer Behörde, die es mit dem Datenschutz nicht ernst nehme, wolle niemand Informationen übermitteln. Und das erwartet uns nächste Woche. Am Dienstag wird die Zürcher Bank Julius Baer ihren Bericht zum Geschäftsgang im laufenden Jahr publizieren. Es ist der erste seit der Integration des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts von Merrill Lynch und damit so etwas wie ein Lackmustest für die weitere Entwicklung der Bank. Die ersten vier Monate dürften auf Betriebsebene günstig ausgefallen sein, zumal Julius Baer in diesem Jahr auch Kostensenkungsmaßnahmen ankündigte. Im Prinzip wäre die Bank für eine weitere Übernahme wieder bereit. Allerdings droht Julius Baer eine Buße im Steuerstreit mit den USA. Deren Höhe dürfte den Ausschlag geben, wie schnell die Bank weiter expandieren kann. Das waren die neuesten Nachrichten von Finnews aus der Schweizer Finanzbranche in Zusammenarbeit mit Dukas Koppi TV. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind auch in der nächsten Woche wieder für Sie da. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald.